4 zu 2 endet das Testspiel in Duderstadt zwischen dem FC Eintracht Norden und SV Alpfeld. Dabei jedes Tor vorbereitet heute Marc-André Straller, deshalb prädestiniert für ein Interview. Gut gelaufen heute für dich, wie war das Spiel? Ja, das Spiel war ganz ordentlich. Gut, dass ich vier Tore vorbereite, hätte ich mir nicht erlaubt. Aber dafür habe ich ja eins auch verschildert. Das erste bei dem langen Abschluss. Habe ich ein bisschen gepennt, aber zehn Sekunden später habe ich das dritte vorbereitet. War ganz gut, war ordentlich. Wie bewertest du insgesamt den Vorbereitungsstand? Ihr habt jetzt jedes Testspiel gewonnen. Ist das schon aussagekräftig oder würdest du sagen, da ist noch Luft? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, wenn man sieht, wie viele Spieler fehlen noch mit Kiki Spielt, der noch verletzt ist. Das A-Jugendliche aushelfen, die die Sache auf alle Fälle gut machen. Aber es ist auf jeden Fall Luft noch nach oben und mal sehen, wie es läuft, wenn wir das erste Mal auf dem richtigen Rasenblatt spielen. Wie sind so die persönlichen Ziele jetzt noch für dich in der Rückrunde? Es geht ja nach oben nicht mehr so viel, nach unten wahrscheinlich auch nicht. Ja, nach oben. Nach oben eher. Noch ein paar Plätze können wir noch schaffen. Sollte möglich sein. Dann vielen Dank und schnell umziehen.